Thank you for being late. Ein optimistisches Handbuch für das Zeitalter der Beschleunigung. Von Thomas L. Friedman. Es liest Thomas Schmuckert. Teil 1. Nachdenken. Kapitel 1. Danke, dass Sie zu spät kommen. Jeder wird aus anderen Gründen Journalist und viele von denen, die den Beruf ergreifen, haben idealistische Motive. Es gibt investigative und Gonzo-Journalisten, Nachrichtenreporter und Welterklärer. Ich habe mich immer zur Letzteren gezählt und bin Journalist geworden, weil ich komplexe Zusammenhänge in eine einfache Sprache übersetzen wollte. Es ist mir eine große Befriedigung, komplizierte Sachverhalte so aufzuschlüsseln, dass ich sie selbst verstehe und anderen verständlich machen kann. Egal, ob es um den Nahen Osten, die Umwelt, die Globalisierung oder Politik geht. Demokratie kann nur funktionieren, wenn die Wähler wissen, wie die Welt funktioniert. Denn nur so können sie intelligente, politische Entscheidungen treffen. Und nur so sind sie gegen Demagogen, Ideologen und Verschwörungstheoretiker gefeit, die sie im besten Fall verwirren und im Schlimmsten bewusst in die Irre führen. Während des amerikanischen Präsidentschaftswahlkampfs des Jahres 2016 fühlte ich mich oft an die Worte von Marie Curie erinnert. Man muss von nichts im Leben Angst haben, man muss es nur verstehen. Die Zeit ist gekommen, um mehr zu verstehen und weniger Angst zu haben. Es ist allerdings kein Wunder, dass sich heute so viele Menschen desorientiert und verunsichert fühlen. In diesem Buch zeige ich, warum wir heute an einem Wendepunkt stehen, wie ihn die Menschheit nicht mehr erlebt hat, seit der Mainzer Kaufmannssohn Johannes Gutenberg den Buchdruck erfand und damit der Renaissance und der Reformation den Weg bereitete. Die drei mächtigsten Kräfte auf unserem Planeten, Technik, Globalisierung und Klimawandel, nehmen heute gleichzeitig rasant an Fahrt auf. Daher befinden sich gegenwärtig Gesellschaft, Arbeit und Politik im Umbruch und müssen neu gestaltet werden. Wenn sich so viele Lebensbereiche gleichzeitig so radikal verändern, wie wir dies heute erleben, dann ist es kein Wunder, dass sich so viele Menschen überfordert fühlen. Wie John E. Kelly III, Senior Vice President der IBM Forschungsabteilung für Künstliche Intelligenz, sagt, wir Menschen leben in einer linearen Welt. Für uns sind Entfernung, Zeit und Geschwindigkeit lineare Größen. Die Technik entwickelt sich jedoch exponentiell. Aber exponentielle Veränderungen erleben wir im Alltag nur als Autofahrer, wenn wir Gas geben oder scharf bremsen. In solchen Momenten fühlen wir uns dann verunsichert und unwohl. Natürlich kann man es auch als berauschend empfinden, in sechs Sekunden von 0 auf 100 zu beschleunigen. Aber eine ganze Reise würden wir nicht so machen wollen. Doch genau auf so einer Reise befinden wir uns gerade, so Kelly. Viele Menschen haben heute das Gefühl, in einem dauernden Zustand der Beschleunigung zu leben. In Zeiten wie diesen ist es notwendig, innezuhalten und nachzudenken, statt in Panik zu verfallen und die Flucht zu ergreifen. Das ist kein Luxus und auch keine Ablenkung, sondern es hilft uns, die Welt besser zu verstehen und besser mit ihr umzugehen. Warum? Wenn man bei einer Maschine die Pausetaste drückt, hält sie an. Aber wenn man bei uns Menschen die Pausetaste drückt, dann fangen wir an, meint mein Freund Daph Seedman, Gründer und CEO des internationalen Beratungsunternehmens LRN. Wir denken nach, wir überprüfen unsere Annahmen, wir loten unsere Möglichkeiten neu aus und vor allem treten wir in Kontakt mit unseren tiefsten Überzeugungen. In diesen Momenten können wir anfangen, uns einen neuen und besseren Weg vorzustellen. Allerdings kommt es darauf an, was wir mit dieser Pause anfangen. Keiner hat es besser gesagt als Ralph Waldo Emerson. In jedem Moment der Stille höre ich den Ruf. Und genau das möchte ich mit diesem Buch. Die Pausetaste drücken, dem Karussell entkommen, auf dem ich zweimal die Woche als Kommentator der New York Times jahrelang mitgefahren bin und intensiver über diesen historischen Moment nachdenken, der meiner Ansicht nach ein radikaler Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit ist. Ich erinnere mich nicht mehr genau, wann ich gegenüber dieser Hetze meine innere Unabhängigkeit erklärt habe, aber es muss irgendwann Anfang 2015 gewesen sein. Es war ein zufälliger Moment. Zum Frühstück gehe ich gern in ein Café in der Nähe des Washingtoner Büros der New York Times, um mich dort mit Freunden zu treffen oder Politiker, Experten oder Diplomaten zu interviewen. Auf diese Weise nutze ich schon das Frühstück als Lernchance und verschwende meine Zeit nicht, indem ich alleine esse. Aber weil der morgendliche Berufsverkehr in Washington immer ein Glücksspiel ist, kommen meine Gesprächspartner auf 10, 15 oder 20 Minuten später als verabredet. Das ist ihnen meist peinlich, und sie stammeln Entschuldigungen wie »Die U-Bahn ist stecken geblieben«, »Die Autobahn war dicht«, »Mein Wecker hat nicht geklingelt« oder »Meine Tochter ist krank«. Bei einer dieser Gelegenheiten wurde mir klar, dass mir die Verspätung meiner Frühstücksgäste nicht das Geringste ausmacht. Also sagte ich »Kein Problem. Bitte, Sie müssen sich nicht entschuldigen. Im Gegenteil, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie zu spät kommen.« »Diese Verspätung habe mir Zeit für mich selbst geschenkt«, erklärte ich. Ich hatte ein paar Minuten gefunden, um einfach nur da zu sitzen und nachzudenken. Ich hatte dem Pärchen am Nebentisch gelauscht, faszinierend, und die Leute in der Lobby beobachtet, urkomisch. Und vor allem hatte ich in dieser Pause einige Gedanken verknüpft, mit denen ich mich schon seit Tagen herumschlug. Deswegen wollte ich gar keine Entschuldigung, im Gegenteil. Danke, dass Sie zu spät gekommen sind. Beim ersten Mal ist mir diese Antwort noch einfach so herausgerutscht, ohne dass ich groß darüber nachgedacht hätte. Aber nach einem weiteren Erlebnis dieser Art bemerkte ich, wie gut es sich anfühlte, diese wenigen Augenblicke freier, unverplanter Zeit zu haben, und zwar nicht nur für mich. Mir war auch klar, warum. Wie so viele andere fühlte ich mich allmählich überfordert und erschöpft vom rasanten Tempo der Veränderung. Ich musste mir und meinen Gästen die Erlaubnis geben, langsam zu machen und mit meinen Gedanken allein zu sein, ohne sie tweeten, fotografieren oder mit irgendjemandem teilen zu müssen. Wenn ich meinen Gästen versicherte, dass ihre Verspätung kein Problem sei, dann sahen sie mich zunächst fragend an, bis ihnen ein Licht aufging und sie erwiderten, »Ja, ich weiß, was Sie meinen. Danke, dass Sie zu spät gekommen sind. Aber gern doch.« In seinem ernüchternden Buch »Sabbath« beobachtete der Geistliche und Buchautor Wayne Müller, wie oft jemand zu ihm sagt, »Ich habe so viel zu tun.« Müller schreibt, »Das sagen wir mit großem Stolz, als sei unsere Erschöpfung eine Trophäe und unsere Belastbarkeit der Ausweis wahrer Charakterstärke. Keine Zeit zu haben für unsere Freunde und Familie, keine Zeit zu haben für den Sonnenuntergang oder auch nur zu wissen, ob die Sonne schon untergegangen ist, ohne einen einzigen achtsamen Atemzug von Aufgabe zu Aufgaben zu hetzen, das ist zum Inbegriff eines erfolgreichen Lebens geworden.« Ich würde lieber lernen, innezuhalten. Wie der Schriftsteller Leon Wieseltier einmal zu mir sagte, »Technokraten wollen uns einreden, Geduld und Achtsamkeit seien nur deshalb zu Tugenden erhoben worden, weil wir früher gar keine andere Wahl hatten. Wir mussten länger auf Dinge warten, weil unser Modem zu langsam war, weil wir keine schnelle Internetverbindung hatten oder weil wir noch nicht das neueste iPhone besaßen.« »Und weil die Technik das Warten abgeschafft hat, behaupten sie, dass wir keine Geduld mehr brauchen«, meinte Wieseltier. »Aber früher wusste man, dass in der Geduld die Weisheit liegt. Geduld ist nicht nur die Abwesenheit von Geschwindigkeit, sondern bedeutet die Möglichkeit zur Reflexion. Wir bringen heute mehr Information und Wissen hervor denn je. Aber Wissen taugt nur etwas, wenn wir darüber nachdenken können. Und nicht nur unser Wissen profitiert von unseren Momenten des Innehaltens. Wir sind auch eher imstande, Vertrauen zu fassen und tiefere Beziehungen zu anderen Menschen zu knüpfen, ergänzt Siegmund. Unsere Fähigkeit, echte Beziehungen herzustellen, zu lieben, zu verstehen, zu hoffen, zu vertrauen und auf Grundlage gemeinsamer Werte in Gemeinschaft zu leben, ist vielleicht die menschlichste aller Fähigkeiten. Sie ist das, was uns am stärksten von Tieren und Maschinen unterscheidet. Nicht alles wird besser, wenn es schneller wird, und nicht alles lässt sich beschleunigen. Ich bin dazu geschaffen, mir Gedanken über meine Enkel zu machen. Ich bin kein Gepard. Daher ist es vermutlich kein Zufall, dass der zündende Funke für dieses Buch ein Moment des Innehaltens war. Eine Zufallsbegegnung, ausgerechnet in einem Parkhaus. Und meine Entscheidung, nicht wie üblich davon zu rasen, sondern mich auf einen fremden Menschen einzulassen, der mich mit einer ungewöhnlichen Bitte ansprach. Der Parkhauskassierer raumeliehte Herr mit fremdländischem Akzent und lächelte mich freundlich an. »Freut mich«, sagte ich kurz angebunden. »Ich lese Ihre Kommentarspalte«, fuhr er fort. »Ihr freut mich«, wiederholte ich ungeduldig. »Ich bin nicht immer Ihrer Meinung«, fügte er hinzu. »Das ist doch gut so«, antwortete ich. »Das heißt, dass Sie immer nachprüfen.« Nachdem wir noch ein paar Nettigkeiten ausgetauscht hatten, gab er mir mein Wechselgeld, und auf dem Weg nach draußen dachte ich, »Ist doch wirklich schön zu wissen, dass der Mann im Parkhaus meine Artikel liest. In diesem Parkhaus stelle ich etwa einmal pro Woche mein Auto ab, um mit der U-Bahn in die Washingtoner Inn stattzufahren. Eine gute Woche später war es wieder so weit. Als ich auf dem Nachhauseweg aus der Tiefgarage fuhr, saß derselbe Mann an der Schranke. Ehe er mir das Wechselgeld reichte, sagte er, »Mr. Friedman, ich bin auch Autor. Ich habe meinen eigenen Blog. Wollen Sie sich den mal ansehen?« »Und wie finde ich ihn?«, fragte ich. Er kritzelte eine Adresse auf ein Zettelchen und reichte es mir zusammen mit dem Wechselgeld. »Odanabi.com«, stand da. Ich war neugierig und wollte zumindest einen kurzen Blick darauf werfen, aber auf dem Nachhauseweg wurde ich nachdenklich. »Unglaublich!« »Der Parkhaus-Wärter ist mein Konkurrent.« »Er hat seinen eigenen Blog.« »Er ist Journalist.« »Was geht hier vor?« Zu Hause sah ich mir seine Website an. Die Artikel waren auf Englisch und beschäftigten sich mit der Politik und Wirtschaft seines Heimatlandes Äthiopien. Unter anderem ging es um die Beziehungen zwischen den verschiedenen ethnischen und religiösen Gruppierungen, die undemokratische Politik der Regierung und die Aktivitäten der Weltbank in Afrika. Der Blog war gut gemacht und der Autor entpuppte sich als überzeugter Demokrat. Sein Englisch war gut, wenngleich nicht perfekt. Aber da ich mich nur am Rande für Äthiopien interessierte, verbrachte ich nicht allzu viel Zeit auf der Seite. Im Laufe der nächsten Woche musste ich allerdings immer wieder an den Mann denken. Wie hatte er zu bloggen begonnen? Was sagte das über unsere Welt aus? Dass dieser offensichtlich gebildete Mensch tagsüber in einem Parkhaus arbeitete und nachts mit seinem Blog an einer weltumspannenden Debatte teilnahm und die Menschheit über Dinge informierte, die ihn bewegten. Ich wollte innehalten und mehr über diesen Mann in Erfahrung bringen. Da ich seine E-Mail-Adresse nicht hatte, beschloss ich, jeden Tag mit der U-Bahn ins Büro zu fahren und mein Auto in der Tiefgarage abzustellen, in der Hoffnung, dass ich ihn so wiedersehen würde. Während der ersten Tage hatte ich Pech, doch eines frühen Morgens sah ich ihn an der Schranke sitzen. Ich stieg aus und winkte ihm zu. Hey, ich bin's, Mr. Friedman, rief ich ihm zu. Könnten Sie mir Ihre E-Mail-Adresse geben? Ich würde mich gerne mit Ihnen unterhalten. Er kramte einen Zettel heraus und notierte seine Adresse. Sein Name war Aiele Z.Borgia. Noch am selben Abend schrieb ich ihm eine Mail und bat ihn, mir ein wenig über sich und seinen Blog zu erzählen. Ich schrieb ihm, ich plane ein Buch über den Journalismus im 21. Jahrhundert und wolle wissen, wie andere Menschen zum Bloggen oder Schreiben gekommen seien. Am 1. November 2014 antwortete er mir. Mit dem Bloggen habe ich angefangen, als ich meinen ersten Artikel auf odanabi.com geschrieben habe. Mein Beweggrund ist, dass es in meiner Heimat Äthiopien eine Menge Themen gibt, die mich beschäftigen und zu denen ich gern meine persönliche Sicht darstellen möchte. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich nicht sofort auf Ihre Mail antworten kann, weil ich während der Arbeit schreiben muss. Aiele Am 3. November schrieb ich ihm eine weitere Nachricht. Was haben Sie in Äthiopien gemacht, ehe Sie hierher gekommen sind? Welche Themen interessieren Sie besonders? Keine Eile. Danke, Tom. Noch am selben Tag schrieb er mir zurück. Es freut mich, dass das Interesse gegenseitig ist. Sie wollen wissen, was mich am meisten bewegt. Und ich will wissen, wie ich mit meinen Themen am besten mein Publikum und eine breitere Öffentlichkeit erreichen kann. Worauf ich postwendend antwortete, Aiele, wir sollten uns treffen. Ich würde ihm verraten, wie man einen Meinungsartikel schrieb und er würde mir seine Geschichte erzählen. Er stimmte sofort zu und wir verabredeten uns. Zwei Wochen später kehrte ich von meinem Büro im Zentrum der Hauptstadt, unweit des Weißen Hauses zurück. Borgia kam von seinem Parkhaus herauf und wir trafen uns in einem Café der Kette Pete's Coffee & Tea in der Nähe der Tiefgarage. An einem Tischchen am Fenster erzählten wir uns, wie wir Journalisten geworden waren, während wir an der Köstlichkeit des Hauses nippten. Borgia, der damals 63 Jahre alt war, hatte an der Heile-Selassi-Universität von Addis Abeba Wirtschaftswissenschaften studiert. Er ist orthodoxer Christ und Angehöriger der Oromo, der größten ethnischen Gruppe Äthiopiens mit eigener Sprache. Schon als Student sei er Oromo-Aktivist gewesen und für die Kultur und politischen Ziele seines Volkes im Zusammenhang eines demokratischen Äthiopiens eingetreten.